Wenn's in Miller da kein Bier gebe, saufen die Aqua Monaco. Das kommt aus der Schotter Ebene und es heißt das H2O. Und wenn mein Papst einen alten Whisky sauft, ja dann lad ich das schalt. Weil mein Gletscherwasser vom Akku, das ist 10.000 Jahre alt. Das Wasser gibt's nicht nur. Durchsichtig, ja das wär auch ein Schot. Da gibt's auch Tonneklemmens oder Ginger Green, Golden, Black oder Hot.